Salü und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir machen heute eine Cashew-Sahne, nicht nur eine flüssige zum Kochen, sondern eine richtige Schlagsahne, wie ihr zu Apfelkuchen sie esst oder weiterverarbeitet für Sahnenbrittich zum Beispiel. Die einzigen Zutaten, die wir dafür brauchen, sind Cashew. Die Cashew-Nüsse haben wir über Nacht eingeweicht. Dann gießt ihr die ab und dann brauchen wir noch etwas klares Wasser. Mehr nicht. Der Mixer kommt dann hier hinein. Das Rezept schreibe ich euch darunter. Das sind jetzt 125 Gramm Cashew gewesen. Durch das Einweichen wird das natürlich eigentlich mehr. Und da kommt so knapp 100 Milliliter Wasser. Ich mache erstmal nicht die ganze Menge rein. Man kann immer noch ein bisschen nachmachen. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viel Wasser nehmen die Cashews denn da wirklich auf. Okay. Und dann blenden wir ihn. Gerade ein bisschen Wasser. Also es muss alles hinzu. Fertig ist das Ganze schon. So eine gute Minute muss es immer ein bisschen laufen. Hängt natürlich auch von eurem Blender ab. Wirkliche Leistungsstärke. Ihr da habt. Packt den Pinökel da mal rüber. Zeigen wir uns das mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier, wie das hier steht. Wirklich wie Sahne zu verarbeiten. Total lecker zum Apfelkuchen, zum Vanilleeis, Schokoladeneis. Wo ihr es so wollt. Ihr könnt natürlich auch Frischkäse daraus verarbeiten. Alle möglichen Kräutercremes. Das ist einfach, einfach, einfach super lecker. Und natürlich super, super gesund. Okay. In dem Sinne. Ich lasse es mir schon mal schmecken. Auch wenn es noch sehr neutral ist. Bormittet. Ich wünsche euch euer Bio-Koch. Ich lasse es mir schon mal.